Das Problem sind nicht die Maßnahmen, sondern dass sich die Leute verarscht fühlen. Und die Leute, das seid ihr. Ja, klar. In Bracken ist man unter Leuten. Da kann man sich nicht mehr so leicht über die Menschen erheben, bis sich dran gewöhnen müssen. Der Lockdown macht uns kaputt. Das merken die in Berlin nicht mal. Hörst du mir eigentlich zu? Du musst deinen Zaun reparieren. Weil ich, ich bin dein Nachbar zur Rechten, du zur Linken, kapiert? Wer deine scheiß Köter einmal meine Saatkartoffeln ausgräbt, dann trete ich den platt. Ich hab Angst vor der zweiten Welle, die wird heftig. Greta sieht in dem Coronavirus eine Blaupause für die Klimakrise. Merkel droht mit der zweiten Welle. Trump empfiehlt sich, Desinfektionsmittel zu spritzen. Vor siebzig, achtzig Jahren erwartet man was. Übermenschen. Blonde Rassehempste auf dem Weg zur Welterschaft. Und heute? Heute sitzt ihr am Camp im Tisch. Hinter euch der Bauwagen vor euch ein warmes Bier. Ihr raucht polnische Zigaretten und salutiert von der Reißplatte. Übermenschen im Unterhemd. Aufschlag auf den Grund und hormatische Beim Reißkümpf ganz genau. Ich darf mein Zichab. Auch alleine und viele Möte Sp 오�ına gut sch Future! Untertitelung des ZDF, 2020